Ja, meine Lieben, willkommen zur Ausgabe Nummer 98 von Million Neon Falken. Heute geht es hier wieder mit diesen Details hier weiter. Ja, und die dazu benötigten Bauteile sind in diesem Beutel hier versteckt. Und den öffnen wir jetzt gemeinsam und sehen nach, was so drinnen ist. Ja, hier haben wir wieder diese Gussäste, wie auch schon in den letzten Ausgaben. Diese hier sind alles die gleichen, jetzt weiß ich auch, wofür diese benötigt werden, für die Landesstützen. Da ich meinen Falken allerdings nicht auf die Landesstützen stelle, sondern an eine Wandmontage montieren werde, benötige ich diese Landesstützen nicht und werde sie auch nicht zusammenbauen. Das ist übrigens auch ein Teil von der Landesstützen. Was wir allerdings benötigen, sind heute diese Details hier. Auch diese benötigen wir. Und diese Details kommen, glaube ich, ein andermal zu tragen. So, nun geht es aber los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, meine Lieben. Bauabschnitt 98 ist somit auch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal geht es dann wieder mit Details weiter, natürlich. Und auch mit dieser Vierlingskanone hier. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017